Das Schöne ist, ich strecke dir gerade in der Webcam die Zunge raus. Das wollte ich noch schmelzen. Ja komm, wenn ich meine Fratze schon aufnehme, wenn ich spiele, dann kann ich auch irgendwelche Gesichter reinmachen. So, und ich strecke dir gerade den imaginären Mittelfinger vor, meine imaginäre Webcam. Ich habe noch Clear Glass, alles gut. Okay. Ja, nimmst du jetzt schon auf, Brother? Ja, ja, läuft alles. Okay, also, ja, herzlich willkommen in der Chaos-WG, ne? So. Hast du jetzt die Fledermaus eigentlich schon? Ne, eben nicht. Ja, äh, dabei sind Brother, Ria und so ein komischer Gast, der mir meine Gruft streitig macht will. Du bist ja aus der Gruft. Fertig. Ach, das ist gut. Ich habe was anderes gesummt, aber egal. Ich weiß. Wo stelle ich denn meinen Resonator hin, wo passt der denn noch hin? Der Resonator passt hier hin, so. Wo bist du eigentlich gerade? Auf meinem Turm. Wo soll ich sonst rumhängen? Hier oben ist mein, mein neues Crafting-Zentrum. Komm mal vorbei. Ich habe vorbereitet, dass du deinen Ring craften kannst, aber es fehlt halt noch die Fledermaus. Ach, nö. Ach, sehr geil, ja. Hier links in dem Pebel, dann fehlt noch die Fledermaus, dann kannst du das einfach rausnehmen. Ich krieg dir halt die Tiese, wenn ich jetzt nicht bald eine Fledermaus finde. Das einzige, was ich hier sehe, sind Skelette und Zombies. Und Creeper. Ja. Wow. Was war das? Ein sehr gruseliges Geräusch. Hallo? Jemand da unten? Hey. Ich hab halt hier voll den Gruselhöhlen-Sauen-Tee. Warum machst du eigentlich da jetzt diese Mütze da auf deiner Brust? Weiß ich nicht. Was hast du für eine Mütze? Was? Ich hab... Äh, ein Opferdolch hab ich immer. Zieh mal deine Rüstung aus. Nein, gib mal deinen Opferdolch her. Ja? Der ist es aber nicht, weil Shizuka hat das auch. Willst du dich ritzen oder was? Ich... Ich... Ich seh nicht. Ich hab bei dir auch so'n Ding gesehen. Okay. Interessant. F5 drücken. Ich hab'n Geist. Ach, das ist wahrscheinlich von den Flügeln. Schmeiß mal den Schuh. Ich hab nämlich auch was. Nee, ich würd' sagen, das ist Halloween. Ach, ich hab'n Kürbiskull. Das ist Halloween. Und ich hab'n Totenkopf. Aber bei dir seh' ich wützigerweise nichts, ne? Bei mir ist'n Geist. Warte mal. Du hast'n komischen Schatten zumindest. Die Brustausziehe vielleicht, da ist so was Weißes. Siehst du das auf der Brust? Nee. Oh, ich hab'n so'ne komische Geisterkatze. Gut. So, jetzt muss ich noch hier die Watermelon. Musst du noch bauen. Da brauchst du noch Sturmbird für. Also vier Stück musst du davon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, den restlichen Scheiß packen wir mal hier rein. Landt jetzt da. Gut. Dieser Table ist quasi nur, äh, wie ne Kiste zu sehen. Haha. So, was brauchst du noch? Ah, Fledermal! Noch mehr Resonating Dings. Da brauchst du auch noch mal vier Stück von. Muss ich sie nur noch erwischen. Und dann brauchst du Redstone Gears. Die machen wir so. Alles klar. Redstone Gears ist easy. Hast du Holz? Äh. Warte, ich hab' welches. Erdgeschoss. Zack. So. Ich hab' sie! Nee, ist schon gut. Ich hab' sie. Habt ihr irgendwo Schafe? Nee. So. Ich hab' voll viel Eisen hier drin. Ist auch noch so ein Makro, das wir eigentlich mal bräuchten. Ein was? Kaffee. Kaffee. Achso. Ja. Wofür brauchen wir Schafe? Wolle. Wolle? Ach, da kann man auch Pflanzen machen und die züchten. Ja, Flax und, äh, Hampf kann man anbauen, aber dazu bräuchte jeder ein ordentliches automatisches Feld. Da, guck mal, die Kabel kann ich jetzt momentan nicht gebrauchen. Oder soll ich die irgendwo reintun? Äh, Kabel. Kabel hab' ich noch nirgends. Warte mal. Ach, nee. Äh, was, äh, was sagt die Tageszeit? Dass du nicht rauskannst. Nach einen Nuden. Pack die Kabel hier unten links rein. Hier unten links. Okay. Dann kann ich dich abholen, Shisuka. Kommst du in die Bibliothek? Ich, ich hab ja... Weißt du, was ich mir überlegt habe? Was? Dass wir zwischen allen Gebäuden auch Tunnel bauen. Das hatte ich eigentlich auch vor, ja. Ja. Vielleicht gibt's auch was, womit man schneller laufen kann. Ne? Ähm, stimmt. Äh, im Moment haben wir nen Auto-Enchanter, äh, nen Advanced-Enchanting-Table oder so. Na, aber ich wollte nen Enchanter bauen, damit kannst du auf jeden Fall, äh, dann was machen. Ja. Weil, allein schon... Hier, kannst du deine vier Dinger rausnehmen hier. Mach doch mal vier raus, hier. Wo war das da? Ja. Das sind deine Wassermühlen. Genau. Okay, hab ich. Perfekt. Die kannst du schon mal aufbauen gehen, wenn du willst. Ah, warum funktionierst du nicht? Also ich bin hier in der Bibliothek. Du kannst nicht einmal springen, du musst schon doppelt springen. Ich, ich hab aber keinen Schaden gekriegt, das fand ich jetzt trotzdem gut. Ja, dürftest, ja, müsste so sein. Warum liegen unerlich zwei Grabsteine rum, wen gehören die denn? Weiß ich nicht. Du, bei mir hast du nen Hexenhut, Shizuka. Echt? Mhm. Bei mir hab ich ne Geisterkatze. Ach, die Kölner Sonne ist hier öfters gestorben. Hier liegen mehrere Grabstände von der Kölner Sonne. Ach. Krieg ich dann meine Flügel wieder? Ja, Moment. Ja, sie muss sich erst neu gecraften, sie muss erst hier hochkommen und neu gecraften. Ja, ja. Kriegst du gleich. Moment. So, jetzt mach ich das, ich mach mal so. Wireless Charger. Den wollte ich bauen. Aber dann hab ich wieder ein Problem. Nämlich? Da komm ich nicht runter. Doch, wieso? Du hast doch noch deinen Flügel. Wenn du hier oben noch gecraftest. Ja, aber ich hab ja... Ach so, das Grip, das andere steht ja noch. Stimmt. Okay. Wo muss die... Ja, da wo noch Platz ist, ne? Ach ja, stimmt. Der hat jetzt noch keine Flügel, den musst du halt noch Flügel verpassen. Aber der fliegt auch schon ohne Flügel. Du kannst ja auch suchen was haben willst, ob du eine rote haben willst oder andere. Und wie geht das? Ähm... Guck dir Rezept an. Ähm... Ah, okay, mach ich. Mit einer Feder ist glaube ich weiße Flügel, mit Kohle ist schwarze Flügel oder irgendwie sowas. Also die Flügel, die ich hab, sind mit Leder. Dann weißt du Bescheid. Weißt du Bescheid. Ich brauche einen Ender-Resonator. Nein, scheiße. Haben wir noch einen Ender-Head? Enderman-Head? Äh... Ja. Stimmt. Den du mir vor Ewigkeit... Ja, den brauche ich jetzt. Den brauche ich jetzt. Den brauche ich jetzt. Wo ist der? Ja, da wo du ihn abgelassen hast, wo er mich jedes Mal anklotzt. War das drin bei dir? Ja, auf den Kisten. Ah, danke. Siehst du mal? Bibliothek verliert nix. Das war so creepy. Da müssen wir eh noch eine Farm bauen, dass wir da mal mehr Köpfe kriegen, weil wir brauchen noch mehr Zombie-Logic-Dinger und das hast du nicht gesehen. So. In der Menschen unten steht ein... Äh... Rf... Tools-Spawner. Ja. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, was der Pain bastelt. Ach, der... Und lass das da stehen? Der hat, glaube ich, selber keine Ahnung, was er bastelt. Kohle, Silikon. Habe ich Silikon? Ich glaube, ich habe nicht mal das Kohle-Powder, ne? Habe ich überhaupt Kohle? Ich glaube, der... Oh, meiner baut gar keine Kohle ab, ne? Kann das sein? Doch. Nicht der eigentlich. Ne. Macht er nicht. Muss man das nicht einstellen oder sowas? Okay, äh... Man kann, äh... Rein theoretisch kann man Farblinsen einbauen. Ja, stimmt. Ach doch, da ist Kohle. Okay. Mehr als genug Kohle, alles klar. Kein Problem. Also... Ich bin blind wie immer halt. Natürlich. Ich muss wieder Essen jagen, weil irgendwie fühlt keiner mein Essen auf. Es wird sich nur bedient, aber... Also ich habe gerade vorhin, vor der Aufnahme, äh... abgefarmt. Also zumindest... Wir müssen die Sekunden nehmen. Dann hauen wir das mal rein. Was im Farm-Gebäude ist noch... Im Farm-Gebäude, okay. Wenn ich Kohle wieder in die Sek-Mill haue, kriege ich doch, äh... Ah, ne... Kohle-Powder raus, oder? Kohle in die Sek-Mill packst, dann kriegst du Kohle-Powder raus. Ja. Kohle und Sulfur kann... Glaub ich als Nebenprodukt. Aber wenn ich, äh... Kohle auch reinhau, kriege ich Kohle, Kohle-Powder und Kabelstum bei raus, ne? Ja, war das so, ja genau. Ja, ja, alles. In der Richtung. So. Was mache ich heute eigentlich? Ich habe heute viel Kohle zu Grafit umge... Äh... Deine Tunnel? Oh, ja. Ja, ähm... Oh, die schönsten Metal-Linge. Ich brauche natürlich... Dazu müsst ihr mal zuerst nachklären. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 brauche ich 7. Dann brauche ich... Ein Octavik, dafür müsste ich noch reiche haben. Acht Stück habe ich davor noch, das ist gut. So, und dann brauche ich natürlich den Enderman Resonator. Da muss ich jetzt mal Silikon für, äh... Auftreiben. Ach, scheiße. Das brauche ich gleich alles. Das kann, äh... Hier oben rein. Und dann waren sie alle ruhig. Ja, ich versuche nicht zu vergessen, wo die Wasserquellen überall hin mussten. Naja, das von allen vier Seiten immer jeweils, äh, dahin fließt, ne? So, das packen wir auch mal da rein. Die roten Pufffenster vom Rathermoon. Gibt sie immer noch? Ja, leider. So, Silikon, Silikon, Silikon habe ich keins. Wieso habe ich schon kein Silikon? Da muss ich doch einfach nur Quarz smelten. Ich glaube schon, ne? Er läuft Schmelter. Muss ich den auf Läumel oder Allsmelting stellen? Was willst du schmelzen? Ich würde gerne, äh, Silikon aus, äh, Quarz machen. Ich weiß, das ist nicht die beste Methode, aber... Allsmelting, damit bist du auf der sicheren Seite. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung. Jo. Normalerweise, sobald es nur eine Art von Atem ist, äh... Bist du das? Ne, dann krieg ich mich Glas raus. Mh, 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 mh. So. Du musst dann auf Ofen schalten, glaube ich, wenn du Silikon haben möchtest. Furnace only. Mh, mh, mh. Bin ich auf der sicheren Seite, ne? Ja, zumindest habe ich jetzt Fused-Glas. Kann man ja auch mal gebrauchen. Ja. Habe ich nicht noch... Ich habe doch, glaube ich, noch mehr Quarz, äh, jetzt hier, gehabt. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich hin gepackt habe. Ach, unten in der Neserkiste. Natürlich in der Neserkiste. Warte, Moment. In der Neserkiste. Okay, theoretisch müsste es jetzt passen. So, hier nehmen wir mal so ein... Kann man irgendwie nachschauen, wie es... ob sie richtig laufen? Du kannst drauf gucken und dann... Ahja, okay. Zeig dir dann, ob sie genug produzieren, 16 Stück oder sowas. Äh, 32 von 96, Power-Generating 16. Ja. Dann reißt du jetzt am besten, wenn du vielleicht probierst du fliegen, weil das wird nacht, dann kannst du eh, dann kann... hier kann sich deine, äh, Solardinger wieder abreißen. Kannst du stehen, dass ich reiß dich dann schon ab. Ach so. Ich bin jetzt aber eh schon da ist. Ich baue es dir ab, wenn du es immer schon so nett warst und ausgeliehen hast. Gut, ne? Ja. So, jetzt, äh, mal ganz kurz... Jetzt habe ich kein Holz mehr, doch jetzt noch Holz. Jetzt fehlt eigentlich noch immer noch das ME-System. Jetzt sollen die mal fertig machen und nicht da unten die... Ist ja eigentlich das die bessere Lösung zum... Was denn? Na, wenn man damit nachts auch fliegen kann. So, wo soll ich dir die reinlegen? Unten links wieder? Ne, ja doch, war genau, unten links guter sind die Maschinen. Ja, aber ja, die eben... Ja, ich hab noch 32 davon. Pack's aber dazu noch mit 64. Okay. Okay. Brauchst du einen Eimer? Wie hab ich mich jetzt ins Eck gestellt? Was hast du da hingestellt? Ich wollte... Ich bin nur so komisch gelaufen, ich stehe hier im Eck. Ja, da ist halt noch... Da ist noch Platz. Ein Eimer, ne? Ich glaube, ich hab... Ich hab acht Stück, danke. Okay. Ich hab jetzt auch ein paar im Inventar. Hast du außerdem welche gemacht oder wie? Ich hatte noch drei, aber ich wollte nicht 10.000 mal laufen. Ich verstehe. So, jetzt hab ich noch ein bisschen Silikon. Was brauche ich jetzt? Ich brauche sieben Silikon. Sieben davon. Und was war das noch? Iron-Nuggets. Da muss ich aber die Iron-Nuggets als letztes reintun, weil sonst fängt er direkt an, was zu machen. Ach, jetzt muss ich wieder auf, äh, Allsmelting machen. Ne, Alois-Only. Allsmelting. Äh, der hat keine Redstone hier drin, mein Kart. Kannst du bei mir, kannst du bei mir abholen, wenn du das? Ja, ja. Oben, äh, wenn du oben auf dem Turm bist, äh, oben, äh, und dann vor meinen Kisten stehst, ganz oben, dann rechts. Ach, du kannst ja nicht fliegen, ne? Kannst den Teleporter benutzen. Wo steht der Teleporter? Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Wo bist du denn gerade? Bin bei Payne. Dann hier, komm hier, wo ich jetzt hier bin, hier bin ich gerade angekommen. Hier unten, wo du aus dem Fenster rauspringst. Und hier? Andere Fenster rauspringst. Äh, andere Fenster, also egal. Nach rechts. Hier genau dieser letzte Block, bevor es hier runter geht, das ist mein, äh, Angel-Block. Damit kommst du natürlich nicht bis zu meinen Turm, aber du müsstest bis zu meiner kommen. Meiner unten rechts. Wo bist du jetzt hingegangen? Bis zur Bibliothek. Ja, von der Bibliothek ist schlecht, dann geh ich ja zurück zur Farm. Ah ja. Gibt der Stock. Was, wo bist du jetzt? Siebter Stock. Siebter Stock. Siebter Stock, ja genau, da muss ich hin. Oben richtig ist da. Das Haus das Verrückte macht. Wieso denn? Ach übrigens, Folge gleich wieder. Schon wieder mein Gott, wie schnell es immer geht. Ja. So, das haben wir jetzt auch schon mal den Electric Steel, äh, das muss ich jetzt, glaube ich, hier so rum. Ne, das Quatsch, das ist ja völlig falsch. Oder? Ich muss ja erstmal den, äh, das ist natürlich... Was? Warum hast du die als Grasblöcke gepaintet? Damit man sie nicht sieht? Naja, wenn man Stab ihn hat, dann sieht man sie doch. Ich hab, ich paint die immer als gechüsselte Blöcke. Boah, ich hätte gerade auf Grasblöcke Block, äh Bock, Block. Ich hätte Block. So, ist vorbei. Tschüss! Tschüss! Was ist gar nicht möglich? Ich bin so dank James wieder. Komm!